Ich erwarte viele spannende Inputs, auch für mich selber mehr ins Thema Nachhaltigkeit in der digitalen Welt hineinzukommen, weil das ist irgendwie so noch unter dem Deckel und warte darauf ausgeholt zu werden. Viele Leute kennenzulernen und ein bisschen zu Netzwerken und natürlich auch Neues zu lernen über digitale Nachhaltigkeit. Ich denke, die Blockchain-Szene und die Open Data-Szene sind noch nicht zu viel überschneidiger. Ich hoffe, dass wir das heute mit einer Seite mit meinem Workshop, aber auch Networking können darüber berücksichtigen. Ein paar neue Einsichten und vor allem auch, ich bin tätig gewesen in der Erstellung der Broschüre zur digitalen Nachhaltigkeit. Bis jetzt haben wir sich immer nur virtuell über Videokonferenzen getroffen. Vielleicht hat es ein paar Leute, aber jetzt zum ersten Mal kann sie ihn treffen. ARD Text im Auftrag von Funk www.fond.de